Was willst du wissen? Ich habe gerade die alten Shocker von Crack Container abgeholt. Die sind ja fair und bio produziert. Das sind schöne Versprechen, aber ich habe mich schon immer gefragt, wie die Arbeitsbedingungen vor Ort in Sizilien aussehen. Interessiert dich meine Frage auch? Oder möchtest du etwas ganz anderes wissen zum Anbau, der Verarbeitung oder dem Handel von Lebensmitteln? Was willst du eigentlich wissen? Schreib es uns in die Kommentare oder schick uns eine Nachricht. Bald schon bin ich in Sizilien bei Filippo Romano, einem Produzent von diesen Feinartischocken. Ich bin Filippo Romano. Ich hoffe, dass er mir meine Fragen beantworten kann. Was er gesagt hat und was ihr noch wissen wollt, das erfährst du alles in unserem neuen Videofomat Was willst du wissen? Was willst du wissen?